Die Wettbewerb 1,666 und am Bahnabend ist bereits für die Baslerer und die Wettbewerb und die Wettbewerb Beigesehung Durchhafen Naum und Tampon Richtig Das war gut Also auch mal Eure Tampon Die Wettbewerb Wir haben 10,67 Punkte für den Lernern Von Deutschland haben wir noch Klappenreif vor Italien. Danke, dass wir uns heute wiederholen. Vielen Dank. Vielen Dank.